Für Angelika Lichten-Eber gibt es nichts Schöneres als zu unterrichten. Sie arbeitet als Deutschlehrerin an einer Grundschule in Landsberg am Lech. Ich bin sehr gerne Lehrerin, ich bin sehr gerne im Klassenzimmer, ich arbeite sehr gerne mit den Kindern, gerade mit den Schwierigeren, gerade mit denen, die da erhöhten Förderbedarf haben. Streng genommen ist Angelika Lichten-Eber gar keine Lehrerin. Sie hat Lehramt studiert, aber nie ein Referendariat gemacht. Sie ist eine Substitutionskraft. Das heißt, sie gibt Förderunterricht, kann aber auch Klassen übernehmen. Und gehört damit zu den 4% nicht voll ausgebildeten Lehrkräften, die an Bayerns Schulen seit zwei Jahren unterrichten. Als Sondermaßnahmen gegen den Lehrkräftemangel. Hier, an der Grund- und Mittelschule in Haushamm am Tegernsee, hat Markus Rehwitzer, Schulleiter und Mitglied im Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband, deshalb eine bunte Mischung neuer Kolleginnen und Kollegen. Wir haben Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, Substitutionskräfte, Einfachlehrer, Studentische Hilfskräfte, Unterrichtsassistenten. Ich tue mich manchmal hart, die Begrifflichkeiten richtig zu nennen. Egal ob Ärztin oder Architekt, wer einen akademischen Abschluss hat, kann sich bewerben und wird in einem zweijährigen Referendariat während des laufenden Schulbetriebs ausgebildet. Die sogenannten Quereinsteiger. Klingt einfach, ist es aber nicht. Für niemand. Stellen Sie sich vor, wir haben eine Band, und Ihnen fällt der E-Gitarrist, und dann bekommen Sie jemanden, der spielt die Ukulele. Der kann vielleicht schon auch ein guter E-Gitarrist werden, aber der braucht Zeit, der braucht Unterstützung. Es ist ein Dilemma. Ohne die Hilfskräfte müssten in Bayern wohl weit mehr Unterrichtsstunden oder Fächer ausfallen als ohnehin schon. Gleichzeitig ist die Ausbildung der Neuen eine zusätzliche Belastung für das Kernteam, das bereits am Limit arbeitet, sagt Simone Fleischmann vom Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverband. Ich muss nämlich die Kollegin, die eigentlich gar keine ist, mitnehmen. Ich muss ihr zeigen, wie macht man denn hier den Biologie-Unterricht? Ich muss ihr sagen, wie führt man ein Klassenbuch? Wie gehen Elterngespräche? Das heißt, es ist auch eine zusätzliche Belastung. Die lernen das nicht by the way. Wir nehmen die mit. Hauptsache, es steht jemand vor der Klasse. Ist es das, was Kultusminister Michael Piazzolo meinte, als er von solider Grundversorgung sprach? Solide war das Wort vom letzten Schuljahr. In diesem Schuljahr sind wir sogar besser aufgestellt. Wir haben die entsprechenden Verträge vergeben. Dennoch, gerade in der Zeit, wo ein Fachkräftemangel insgesamt, nicht nur an der Schule, sondern in allen Branchen herrscht, war es auch bei uns notwendig, dass wir zusätzliche Programme, die Quereinsteiger, die Sie erwähnt haben, aufgesetzt haben. Ob der Bildungsauftrag langfristig so funktioniert, bezweifelt selbst die Kultusministerkonferenz. Das Bildungsniveau der Schüler in Deutschland sinkt. Auch wenn Bayern noch gut dasteht, Kernkompetenzen wie Lesen, Schreiben, Rechnen lassen nach. Lehrerinnen und Lehrerverbände fürchten mittelfristig die Entprofessionalisierung des Lehrerberufs. Das wäre schön, wenn die uns ergänzen würden, wenn die zusätzlich zu uns da wären. Momentan haben wir leider die Situation nicht, sie ersetzen uns. Und das ist ein bisschen ein Problem dabei, weil wir natürlich Angst haben, dass die die Professionalität nicht halten können, die wir halten könnten. Nur woher mehr Lehrkräfte nehmen? Bundesländer wie Sachsen-Anhalt wollen künftig auch Menschen ohne Hochschulabschluss oder gar Abitur für den Unterricht zulassen. Bayern lehnt das klar ab. Fakt ist, ohne Hilfskräfte wird es auch in Bayern nicht gehen. Doch obwohl sie so dringend gebraucht werden, fühlen sie sich nicht wertgeschätzt. Angelika Lichten-Eber bekommt als Substitutionskraft immer nur einen befristeten Jahresvertrag. Sie muss sich jedes Frühjahr wieder arbeitssuchend melden. Für sie entwürdigend. Auf der einen Seite heißt es, Substitutionskräfte werden gebraucht, sonst kann der Unterricht in der Form gar nicht laufen. Und auf der anderen Seite sind die Bedingungen aber so, dass ich mir überlege, ob ich da bleibe. Nächsten Juli läuft Angelika Lichten-Ebers befristeter Vertrag wieder aus. Wenn sie so nicht weitermachen will, verliert Bayerns Schullandschaft eine weitere Stütze. Abonnieren.